In der Abwesenheit von einem, der geeint oder getrennt sein kann. Ja, in der Abwesenheit von jemandem, der glücklich oder unglücklich sein kann. In der Abwesenheit von jeder persönlichen Vorstellung, wer zu sein, in der Abwesenheit, in der Abwesenheit. Von der Idee zu wissen, wer ich bin oder wer ich nicht bin. In der Abwesenheit der Anwesenheit. Der Abwesenheit von welcher Anwesenheit die Abwesenheit die Anwesenheit ist. Einfach in diesem Moment. Das zu sein, was der Moment ist. Nichts mehr, nichts weniger. Das zu sein, was der Abwesenheit die 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 Abw